FM-Media wird Ihnen präsentiert von Autohaus Tosch-Lukau. Man fährt drauf ab und kommt gut an. Jedes Jahr im Frühjahr erleben viele 14-Jährige und ihre Familien ein einmaliges Fest, die Jugendfeier. Den eigentlich fließenden Übergang von der Kindheit in das Erwachsenwerden mit einem feierlichen Akt zu beginnen, hat eine recht lange Geschichte. Als Ursprung des Begriffs ist die Zeit der Gründung konfessionell freier Gemeinden ab 1848 anzusehen. Ein historisches Auf und Ab folgte. Nach kurzen aufkommenden Irritationen während der politischen Wende ab 1989 hat inzwischen das Fest der Jugendfeier wieder seinen festen Platz im familiären, aber auch im gesellschaftlichen Leben gefunden. Insgesamt vier Veranstaltungen richtete die Schule für Tanz, Theater und Musical Labelle im Schlossbergsaal für Lugauer Jungen und Mädchen aus. Zur Vorbereitung des neuen Lebensabschnitts hatten die Jugendlichen in angebotenen Workshops Gelegenheit, sich in unterschiedlichen Sachgebieten zu orientieren. Ausschnitte daraus sahen die Festbesuche zu Beginn der Feierlichkeit in einer kurzen, amüsanten Filmsequenz. Hat jemand ein Handy einstecken, sind die alle an, ausmachen, das gehört sie nicht zu. Zeitgemäße Lieder und Tänze verliehen der festlichen Stunde einen würdevollen Charakter und kamen einfach an, unten im Saal. Sprecherin Cornelia Reich fand die richtigen Worte, sowohl für die jungen Leute als auch für Eltern, Großeltern oder Geschwister. Das ist aus Sicht einer 14-jährigen Jugendlichen, ja völlig undenkbar. Naja, da kraft es hier und da schon ein paar heftig. Die eine oder andere Tür wird sehr turbulent auf die Probe gestellt und danach macht man sich Vorwürfe. Ganz neue Talente hatten ihr Debüt, ernteten, verdienten Jubel und Beifall. Mit Urkunde, Präsent und Blumengruß wurde es sozusagen amtlich besiegelt, dass nun ein neuer spannender Lebensabschnitt beginnt. Aber viel wichtiger war an diesem Tag natürlich die große Feier in der Familie. Nicht zuletzt auch in Erwartung zahlreicher Geschenke. Das ist okay so. Die Erinnerungsfotos ein abschließendes Muss für einen unvergesslichen Moment.